Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal wieder ein Unboxing. Ich habe hier was Schönes bekommen. Werdet ihr hier auch irgendwo das Logo der Firma sehen? Das wurde mir netterweise zur Verfügung gestellt, um darüber Videos zu machen. Ich werde auch irgendwo hier wieder Werbung eingeblendet haben, Werbevideo, weil ich das Produkt von der Firma für Videos gestellt bekommen habe, um alles richtig abzusichern, logischerweise. Da habe ich mich die letzten Tage schon sehr drauf gefreut. Gut verpackt ist es auf jeden Fall. Hier ist noch ein Datenblatt dazu. Das ist sehr interessant. Das ist sehr schön. Von Ultrason. Ich hoffe ich spreche es richtig aus. So und dann werden wir hier mal jetzt gucken, dass ich das rauskriege, ohne dass das ganze Styroporzeug hier auf dem Tisch verteilt wird. Ach, da ist ja noch was drin. Was ist denn da noch schönes drin? Wir haben noch einen Katalog mit drin. Also die Verarbeitung auf den Bildern sah so genial aus. Also ich bin mal echt gespannt, wie es jetzt in echt aussieht. Und vor allen Dingen mit Metall und so. Ich kann euch ja mal so ein Bild zeigen. Hoffentlich seht ihr das. Seht ihr das? Ja, das seht ihr. Und das hat mich gleich irgendwie in den Bann gezogen, weil ich habe das Headset gesehen. Ne, Headset ist es nicht. Das ist nur Kopfhörer. Kopfhörer ist es nur, weil den will ich für ein PC benutzen, für Hangouts, um noch weniger Störgeräusche zu haben. Und ja, da dann auch für Musik, wenn ich am Laptop sitze, weil ja, wenn meine Frau da ist, wenn ich dann Videos bearbeite, dann ist das echt störisch für sie. Oh, cool. Ein Schlüsselband ist auch noch mit dabei. Ich sammle ja Schlüsselbände. Und noch so ein großer Gurt. Das werden wir auch gleich herausfinden, wo was der sein soll. Noch irgendwas? Mehr ist da nicht mit drin. So. Dann werde ich mir das mal hier rüber nehmen. Wenn wir das mal von der Folie befreien, wird die Qualität der nächsten Hangouts nochmal etwas gesteigert. Weil das soll sehr angenehm sitzen. Weil mein Gaming Headset, wenn du halt gezockt hast, ein paar Stunden und so, das drückt auf die Ohren und vor allem wegen der Brille. Die Verpackung sieht schon mal recht geil aus. Ultrason steht hier oben drauf. Ich werde euch mal ran zoomen, dass ihr das sehen könnt. Ultrason. Boah, alleine von der Verpackung sieht das schon sehr gut aus. Das ist das 840, ist das übrigens. Die haben mehrere verschiedene Modelle, 880, 840 und so. Müsst ihr mal unten in die Videobeschreibung da unten gucken. Einfach aufklicken. Ich habe euch einen Amazon Link drin gemacht zu Ultrason. Da könnt ihr dann sehen. Also einmal zu diesem Headset, äh Quatsch Headset, Kopfhörer und einmal zur anderen, also zur kompletten Seite, dass ihr da mal den Vergleich seht. Studio & Home Mobile Use. Performance Matters. Ah, das klingt doch schon mal sehr gut. Focus Base. So, dann haben wir hier nochmal S-Logic Plus und da ist auch eine Tasche mit bei, so wie es aussieht. Und dann haben wir hier auch nochmal P840 steht hier drauf und da ist nochmal das Headset drauf. Headset, Mikro, Kopfhörer, Mensch. Und hier hinten haben wir eine Beschreibung inklusive, ach hier oben steht noch inklusive 1,2 Meter Kabel. Steht da auch nochmal drauf, extra ein Aufkleber da oben, seht ihr das? Und die Beschreibung ist hier in Englisch, in Spanisch, in Französisch, in Deutsch und in Japanisch. So, jetzt müssen wir erstmal ein Messer, wo habe ich denn jetzt mein Messer hingepackt? Unterm Katalog. Müssen wir erstmal hier aufschneiden. Und dann auspacken. Ich werde es nachher dann am PC anmachen und was hören. Und dann werde ich euch versuchen, das so gut wie möglich zu beschreiben, wie es sich anhört. Aber erstmal packen wir es aus und gucken uns an, was hier alles mit bei ist. Und dann kommen wir nachher noch zu einem Hardware-Video. Oh, hier ist es auf. Cool. So hier festgeklebt, damit ihr nicht rausfällt. Und im Hardware-Video gucken wir uns dann natürlich genau an, was da mit bei ist. Und wie gesagt, hier ist dann diese Tasche, was ich sehr geil finde. Da kann ich die dann unterm Tisch verstecken, wenn ich sie mal gerade nicht brauche. Oh, hier ist wieder Schaumstoff drin, dass da nichts hin und her wackelt. Und hier sind die neuen Kopfhörer. Hier ist auch noch so ein Salzbeutel mit bei. Den lasse ich mal drinnen wegen der Feuchtigkeit. Auch die Dicke von dieser Tasche ist halt, wenn ihr das seht, schön dick. Und hier im Ganzen, dass das schön gepolstert ist und den Kopfhörern wirklich nichts passieren kann. Also wie gesagt, die Kopfhörer sind mit bei. Das Styropor lasse ich jetzt mal hier außen vor. Das ist halt auch noch da drinnen, um Abstand zu halten. Hier ist dieser Kabel, was sie gesagt haben, was auch nochmal drauf steht. 1,2 Meter. Dann haben wir hier nochmal in einer Extratüte ein Heft. Und hier sind dann noch ein paar andere UltraStone mit bei. Oh, die haben so ja andere Cases teilweise. Also aus so Hartplastik würde ich jetzt sagen. Oder in Form gebracht. Schaumstoff oder was weiß ich. Und so vom Optischen. Müssen wir mal gucken. Die sehen vom Optischen echt geil aus. Vor allen Dingen die mit Silber. Meins ist jetzt komplett schwarz. 880 hat dann unten da, wo bei mir schwarz ist, Silber. Guck mal. Vielleicht finde ich ja ein Bild hier vom 880. Ah, hier sind die technologischen Daten. Auch in Deutsch. Auch so groß geschrieben, dass ich sie mit Brille lesen kann. Finde ich auch sehr gut. So, das können wir dann wieder einpacken. Dann haben wir halt, wie gesagt, habe ich noch ein Schlüsselband mit bei. Da steht dann hier UltraStorm. 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 Nenne ich UltraStorm. Son. Geo. Performance. Edition M. Achso, das sind die verschiedenen. Achso, das sind die verschiedenen Edition, die sie haben. Performance. Das ist hier UltraStorm in der Performance. Glaube ich. Und dann haben wir noch GAU. IP. Edition M. Und Signic. Kann ich schlecht lesen. Und Pycon. Ich werde euch das mal zeigen. Das sind die verschiedenen Edition der Headside. Also das ist die Firma. GAU. Performance. PAI. Und da die Benen. Und da dann nochmal das. Und dann haben wir hier noch ein Tütchen. Müssen wir nur gucken, wo es anfängt. Ah, hier oben. Das ist ein Gürtel. Würde ich jetzt sagen. Träger. Aber hier ist eine Strand zum Halten. Also wir können. Wir haben hier keine Halterung für irgendwas. Aber ich denke mal, da könnte man eine Tasche für, wenn man unterwegs ist, wenn man eine kleine Tasche hat für Handy oder wer keine Handytasche hat oder sowas ran machen, um Musik zu hören und dann die Kopfhörer und fertig ist. So. Und ja, dann würde ich jetzt hier erstmal Schluss machen. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video mit dem Hardware Video zum Ultrason an 840. Wartet mal. Wartet mal. Wartet mal. Ich habe gerade eine Idee gehabt. Ich habe doch hier auch den Katalog mit bei. Edition 12, Edition 8, Pro, IQ Pro, IQ Trio, Py, Ultrason, Manufaktur, Zubehör. Vielleicht habe ich ja das Glück. Guckt euch mal das an. Das ist ja auch geil, oder? Mit Metall und so. Das ist auch Metall und Gold. Also hier ist das Metall und hier ist auch mit Gold. Ich guck mal. Das ist die Platinum Reihe. Edition 8 Platinum steht da. Dann haben wir hier nochmal Edition 8 Carbon. Also das ist die Carbon Variante. Achso, da ist dann in der Mitte so ein bisschen Carbon drin. Und dann haben wir... Oh, hier ist auch für Frauen was mit bei. Das nennt sich Julia. Das ist bestimmt diese bunte, was ich da gerade gesehen hatte. Und Pro. Ne, Julia und Romeo heißen die. Edition 8 Julia und Romeo. Julia ist dieses hier. Das seht ihr jetzt sehr schlecht. Das ist hier verziert. Und hier ist Romeo. Aber... Mist ist nicht mit bei, oder? Achso, das ist das Singitech. Das sind hier auch mit bei. Das ist das andere Logo, was ich nicht entziffern konnte. Hier ist die Manufaktur. Ach, hier sind nur die Bilder vom 820. Ja, da ist das 820. Ach, die hat das auf. Die hat das auf hier auf der anderen Seite. Die mit dem blauen Haaren. Die hat das 880 auf. Da seht ihr das? Und da ist praktisch das hier oben ist Metall. Das, was bei mir so schwarz ein bisschen glänzend ist, das ist da dann Metall. Gucken wir mal, ob wir noch ein besseres Bild finden vielleicht vom 880. 860 haben wir hier. Aber so in etwa ist das 880 auch. 840, 880. Ach, hier unten haben wir auch noch ein Bild. Aber da könnt ihr das schlecht sehen. So. Ich zeige es euch am 860 mal. Hier seht ihr das auch, dass das Metall ist. Und das ist das 880, aber da seht ihr das ganz schlecht, dass da oben Metall ist. Und hier haben wir dann noch die Pro Reihe. Die sehen dann so aus. Die sind ein Stück kleiner. Und alle haben so auch einen Case. Hier haben wir noch die HiFi Reihe. Die sehen so etwa wie die Pro Reihe aus. Dann haben wir noch die D Reihe. Ach, DJ 1. Club und Studio haben wir dann hier auch noch. Ach, und hier ist die Go. Die Go Reihe. Hatte ich vorhin gezeigt. Da hat es die Go Reihe. Da steht dann auch irgendwo. Go. Da. viele sehen ansatzweise gleich aus. Sind es aber nicht. Weil mal ist oben Metall, mal ist unten Metall, mal ist alles Metall. Ach so, In-Ear haben sie auch. Die zeige ich euch auch mal. Oh, da sind so die Einzelteile abgebildet. So, da sind die Einzelteile abgebildet von dem In-Ear. Und zusammengebaut sieht es dann natürlich so aus. Das ist dann diese 1P. Hier haben wir nochmal 1P. Auch in-Ear. Auch nochmal in-Ear. Schade, dass es keine normalen mehr gibt. Das ist alles immer in-Ear. Ich würde mir wünschen, dass nochmal... Ach, hier ist auch nochmal eine Liste. Technische Daten. Hier haben wir auch eine komplette Liste mit den technischen Daten. Das werde ich dann gleich im Hardware-Video mit euch durchgehen. Auch, wir haben ja ein großes Stativ. Haben sie auch. Wo man das abstellen kann. Okay. Gut. Das werde ich mir nochmal gleich aufgeschlagen lassen. Das werden wir uns gleich im Hardware-Video angucken. Wie da die Unterschiede sind. Was da ein Haken ist und was nicht. Bis dahin würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. War ein etwas längeres Unboxing. Es tut mir leid. Aber wenn es euch trotzdem gefallen hat. Lasst einen Daumen oben da. Und irgendwo hier ist auch der Abo-Knopf. Da könnt ihr abonnieren. Und hier werden irgendwie Videos verlinkt, die für euch vielleicht interessant sind. Oder eines der neuesten Videos. Ich weiß noch nicht, was ich darin mache. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.